Liebe Freunde, hier ist euer Fari. Willkommen zurück zu RimWorld, ihr Lieben. Und jo, willkommen jetzt zurück zur Kolonie. Da jetzt so ein bisschen die Urlaubszeit ansteht, habe ich mal die Twitch-Folgen für diese Staffel hier verwendet, die ja jetzt seit Samstag laufen. Zwei Folgen folgen jetzt so und... dementsprechend machen wir jetzt auch weiter. Wir haben uns ja sehr darum bemüht, hier irgendwie das so zu planen, dass die Tierhaltung hier so ein bisschen besser funktioniert. Dazu mache ich mir jetzt weiterhin Gedanken und wir müssen halt mal gucken. Wir haben ja hier jetzt eins, zwei, drei, vier... Warte, muss ich nochmal kurz hier nochmal beenden. Schauen wir mal kurz. Die Befehle nehme ich mal kurz nochmal raus. Und zwar, wir wollen ja hier irgendwie das so bauen, dass wir hier genug Stuff eigentlich zusammenkriegen, sodass es hier funktioniert. Ja, wie machen wir das? Wir haben uns ja gedacht, dass man sagt... Also zwei rein. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man eins, zwei... Also vier braucht man wohl. Gehe ich mal von aus. Die werde ich hier dann nach unten ziehen. Wir machen das mal folgenderweise. Eins, zwei, ja. Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Das sind ja schon mal... Also Rinder, sagen wir mal Schweine... Rinder, Schweine... Eins, zwei... Rinder, Schweine... Sagen wir mal Pferde... Haben wir schon mal drei... Dann fehlen ja uns nur noch zwei, ne? Ähm... Eins... Und... Zwei... Wobei man hier bei denen ja auch nochmal trennen muss... Bei den Hähnen und so weiter... Ähm... Kühler... Kühlraum hinstellen... Der dann hier irgendwie mit verbunden ist, vielleicht... Ja... So... Und dann hätte man nämlich... Ja, mach ich das mal so... Planen wir mal ein bisschen... Ähm... Moment... Das hier einmal hier hin... So könnte ich mir das vorstellen... So... Das ziehen wir dann hier so... So komplett weiter... So, das wäre der Plan... Dann könnte man nämlich... Äh... Folgendes tun... Wir könnten sagen... Dass dann diese Bereiche mal so... Gebaut werden... Hier werden dann die Tiere gehalten... Und hier dann auch... So könnte ich mir das vorstellen... Dann... Äh... Macht man dann hier einfach so einen großen Bereich... Indem man auch kühlt... Wo dann so überschüssiges Heu oder so gelagert wird... Das wäre so der Plan... Damit... Werde ich auch... Anfangen wollen... Oder hier vielleicht... Ne... Dann nutzt man diesen Bereich für was anderes vielleicht... Ähm... Weil hier hätten wir ja dann... Elf... 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 Hm... Man hätte hier eigentlich noch ein bisschen mehr Platz... Äh... Hm... Wie macht man das? Vielleicht sagt man dann einfach... Wir sind hier elf... Mal ein... Dann machen wir das mal vielleicht so rum... Äh... Vielleicht hätte man ja dann... Ein bisschen mehr Platz für die Tiere... Zwei... Vier... Sechs... Acht... Neun... Hm... Vielleicht ja doch... Ja... Ja... Ich glaube, so werden wir das machen... Dann werden wir hier anfangen... Also... Jetzt geht's dann mal zur Sache... Ich werde... Vielleicht kann man das ja auch nochmal einen Ticken dann sonst mal hochbauen... Sodass wir hier nicht reingehen müssen... Weil ich wollte hier eigentlich... Hm... Eins... Zwei... Zapp... Zwei... Vier... Sechs... Acht... Ja... Könnte man eigentlich auch so machen... Ein... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Mauer... Wir haben Platz für 20 Tiere... Hm... Warum eigentlich nicht, ne? Ja... Ja... So machen wir das... Das kann man ja später auch sonst nochmal verbessern, ne? So ist es ja nicht... Ähm... Ja, so machen wir das... Äh... Das bleibt hier... Ich plane mal ein bisschen um... Äh... Dann machen wir das so... ... Okay... Okay... Oh, jetzt habe ich das verplant... Zwei... Drei... Zwei... Drei... Zwei... Drei... Zwei... Drei... Das sind schon mal... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Eins... Zwei... 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 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 So, ähm Oh, so nirgends Wetter hier noch So, dann fangen wir mal an zu bauen Hier würde ich dicht machen wollen Machen wir das mal hier so Ansonsten Haben wir eh noch genug zu tun Das machen wir mal hier so dicht Ähm Dann könnte ich mir vorstellen Dass das hier so durchgeht Predators in Map Was haben wir denn hier für Predators Jagen wir mal Ja, die drehen hier alle durch Wo sieht man denn hier so die Dächer So, äh, okay Dann Prokuren Das wird ja innen sein Nehmen wir mal hier die Wände aus Marmor Dann Temperatur, ne Lüftung Was ist da? Ach, da muss eine Mauer sein Okay Aha, okay Nö Ist doch gut Dann machen wir das Hier packe ich dann nochmal Äh Hier gab es doch mal so ne So ne Art Überwand Machen wir mal hier hin Ich werde hier nochmal so Türen rein machen Zum Durchgehen Kann man dann hier schön alles bedienen Aber wo ist nochmal diese Tür von den Tieren hier gewesen Strukturen Tierklappe Tierklappe aus Ja Sonst war Leder hier oder so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ja, das muss irgendwie reichen Wir machen das mal hier weiter Ach Ja, das müssen wir dann noch Wo liegen wir denn die Toten jetzt hin Dann werde ich mal nochmal ein Grab hier hin bauen Mach mal hier mal die Dächer wieder weg So Äh Und diese Böden Entferne ich hier mal Ach nee Wie machen das mal anders Und zwar Das wird hier mal abgebrochen Hier kommen dann die Dings Ähm Die Zäune hin Vier Acht Das öffnen wir mal Wohin wird der denn gebracht Nein bitte Wen trägt der Das hier ist Birdie Äh Das wird dann mal Birdies Grab sein Wo ist Birdie Da Oh Moment Oh Moment Lassen wir mal da das Grab Lassen wir mal da das Grab Ja Ja das wird jetzt mal so als Raum genutzt Ja Wo wir Wo wir Sachen lagern werden Ähm Ähm Ja Ja das werden wir hier jetzt weiter fortführen Vier Stück ne Ja Das machen wir mal so Das hier wird dann gegliedert Glättet Meinetwegen Ups Nein Glätten Come on Ich werde hier natürlich dann Dachbau erweitern machen Wir haben mal langsam Zeit hier So wer liegt hier So wer liegt hier Ich hoffe das reicht Ich hoffe das reicht Ich muss nochmal gucken Äh Wir können Wir können Wir können Kein Weg sein Kein Weg sein Wir werden das hier in der In der Mitte lassen 11 11 Ja Kann das nochmal ein Stück weiter hier hin So Machen wir so Na So Dann passt das auch Weil dann können wir Mal so ein bisschen weiter nach oben gehen Bauen wir nochmal die Strukturen hier auf Das ist Kowalski Kowalski Wir werden das mal hier weg Und das ist Kaiko Was soll denn das Mann 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 Enbrin und Kowalski. So. Zuweisen. Enbrin So. Die Tür kann dann hier hin. Jawohl. Und Zone. Nachbauer weitern. Machen wir mal bis hier hin weiter. Das war hier dann doch so ein bisschen zu einfach gedacht. Machen wir mal bis hier hin. Machen wir mal bis hier hin. Machen wir mal bis hier hin. Also dann kann ich das ja hier. Hier wird ja neu montiert. Ich werde das dann hier auffüllen. Einfach so mit mit Cobblestone Wall. Sandsteinwall. Ich will mal gucken, wie das ausschauen. Ich will mal bis hier hin. Dann bin ich da. Und dann bin ich hier hin. Wir machen das mal so. Diese Cobblestones. 510. Ja, eigentlich egal. Deswegen gucken wir uns das an. Aber erst ab der nächsten Folge, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fari.